Schaufeln, ja, großes Wasser. Und dann gehst du nach links. Es wird bestimmt verlofen. Das ist, das ist, ja. Ähm... Brauchst du das Flachdach? Unbedingt? Mensch, mich jetzt wieder. Ja, weil Dirk ist ja... Äh, Dirk? Dirk ist noch Flachdach. Wenn du, wenn du, ähm... Wenn du, äh, ein Dorf findest, vergiss nicht. Hier gibt's keine Dörfer. Soll ich dir vor's mal schon mal sagen? Du warst ja nie weit genug weg. Äh, vergiss nicht, ähm, Kartoffeln und Möhren mitzubringen. Ja, geh mal einkaufen, bitte. Ja. Wir brauchen Möhren, um die... Oh, ich hab das ganze... Schweine... ...zu...vermeeren? Über Meer, oder was? Oder wie hast du gesagt? Ja. 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 Mich zuckt was an? Brauchst du unbedingt deinen... Hab dich grad schon gefragt. Ja, wäre schlecht. Man könnte jetzt die ganze Zeit nicht schon leider schlafen gehen. Außer es geht, wenn ich weg bin. Ich wüsste es nicht. Nee, geht nie. Da musst du schon ausgelockt sein. Nee, ist doch nicht so schlimm. Nee, weil ich... Nee, ist doch nicht so schlimm. Nee, weil ich brauch das ganz viel Gummi. Nee, ist doch nicht so schlimm. Das bringt mich dort ewig zu warten. Ist doch nicht schlimm, Mann. Geh... Geh... Geh auf deine große Reise. Ich bring diesmal keine Hunde mit, keine Angst. Du hattest nie welche. Ich habe deine Videos gesehen. Höh! Oh, ma! Wiev... Wiev... Wiev ... Jaguar, griff mich ein! Das ist kein Jaguar, das ist Puma. Ja, ne, 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 schwarzes ist kein Jaguar. Was für die Krassel aus dem Tuma, du. Da haben wir genau den Richten jetzt losgeschickt, wa, Matthias? Oh, Mann, ey. Dirk. Ein Panther ist das, oder? Puma! Wuh, Schwarz ist doch gegen Puma die Lebelle! Weißt du was, weißt du was? Tu guggeln! Tu guggeln! Der erfolgt mich! Boah, jetzt bin ich wieder untergefallen. Ich kann krachen, ey. Ah, ich könnte auch schon mal die Tür hier reinbauen. Ne, Matthias, Flachdach wäre ideal, zwar wie gesagt, für die... Das ist richtig rot, blödes! Ich bin gleich tot! ...Scholarzellen. Ja, ja! Das ist ja der, was er vorhat, das wird bestimmt nicht dauert zu lange. Das sahen sie mal wieder ohne Strom. Ja, wenn ich keinen Drahten nicht hab, sorry Leute. Ist doch egal! Mann, hör auf zu heulen, also... So einen Typen, der nicht richtig schleifen kann, dann lass man doch bestimmt nie noch an Strom rumbasteln. Dirk, 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 ist doch egal, hol das Zeug doch einfach! Ist doch egal, wenn du's nie hast, hol's doch! Ist doch, ist doch, dafür ist es doch da! Dafür ist es doch da! Dafür ist es doch da! Also, hol ich's doch auch Material! Hast du auch Material! Hast du auch Material! Was sind die zusammen? Aus deiner Kiste doch! Ne, ist ja alles raus! Das bloß Elektroöfen, alles tut das alles zu meinen! Meine, 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 meine! Toll! Die hab ich grade gebastelt, weil die kann man nur mit einem bestimmten Werkzeug abräumen, das geht nicht kaputt! Meine, meine, meine! Das Leben besteht nie aus meine, das Leben besteht aus uns! Das bringt mich mit Solar! Ich versteht da nie! Ich versteht da nie! Solar ist gut! Was hast du denn? Ne, ich bin bloß die Sonne geschalt! Ne, und dafür hast du dann die Batterien, damit du die Strom speicherst! Ne, wollte ich ja oben basteln! Hast du aber nie! Doch, wollte ich ja basteln! Och, jetzt streitet euch nie, Mädchen! Doch, ich streite mich, weil... Ey, wieso die kleine, wieso die kleine Diva? Ich mag den Dich, ey! Was sollst du denn denn da zu sagen? Der wer? Da hat ein Panther auf mich geschehen! Äh, Svenny? Ja? Baust du jetzt, baust du jetzt doch, ähm, ne Verbindung zu mir? Dort unten das Ding? Das kommt dann was anderes hin! Äh, ne, ich meine, baust du jetzt doch ne Verbindung, also ich meine jetzt die Dächer! Das kommt dann noch, das muss ich dann sehen, wie das gebaut wird mit den Kabeln und solche Sachen! Das muss ich auch erst mal begreifen! Du kriegst sie! Ne, hab du das Dach, hab du das Dach jetzt doch gerade zu mir baust! Das Dach gerade zu dir! Na, was du oben hast! Pfff! Du sollst ja einmal sehen, wie wir das machen mit dir! Ich versuch, dass wir das... Ich frag ihn nur, weil das sieht so komisch aus! Das täuscht alles! Ich muss erst mal sehen, wie ich das hier mache! Und tschüss! Was? Äh, nö, ich rede mit den Skorpion! Ähm, wie ist denn das nun? Wir hatten doch letzte Woche, kurz bevor wir ausgelockt haben, hatten wir doch die Idee, ähm, die Bäume vor unserem Haus als so ne Art Baumhaus zu machen, weißt du noch? Ja, das kann man doch machen! Ja, das kann man doch machen! Ja, und Wege oder sowas unten könnt ihr mal machen! Mit Lamm und sowas! Da hab ich ja auch noch dran dabei! Ähm, ähm, ja, aber da müssen wir, da müssen wir, aber in den Nähter gehen! Ja, ich brauche dazu... Ja, ich brauche dazu... Achso, diese... Diese Closedone zu holen, ja, ja! Ähm, mal ne andere Frage, haben wir hier WLAN Redstone als Mod? Ja! Ja! Ne, oder? Ja! Das ist alles jetzt drin! Das ist ja Technik! Ist ja geil, WLAN! Das ist doch geil! Hast du gar Teleportrohre? Das ist die... Das ist die Rohre... Äh, oder Teleport andere Dinger! Ähm, die... Was sagt denn die Uhr? Spät! Ah, ich hab die Bäume gefunden, was du... Nein, ich meinte die Tageszeit von... Dunkel! Wollen wir spenden gehen? Ach ne, können wir ja nie! Ah... Ich... Ich will aber hier auch nicht bleiben! Ich muss nur durch! Nein, ich meine... Ich meine, im Dunkeln! Achso, das sind Schungelbäume! Also hier, äh... Sumpfbäume! Sumpfbäume! Ich hab sie nämlich gefunden! Ey, du dumme Sau! Ich bin gerne im Dunkeln! Der hat mein Vieh umgebracht! Wer? Wer denn? Der Sven, oder was? Ich nicht! Ich nicht! Ich hab mich nicht... Ich hab mich nicht umgebracht! Ich bin ja wohl nicht auf! Ah, ja, ja! Du! Du! Ne Sven, ich nicht! Ja, ich dachte nur, ne, ist gerade... Gut, ich mach mal kurz hier auf Pause, ja! Was ist auf Pause? Ich muss den beiden noch laufen, äh... Muss mal bloß, ja? Jo! Sag ich auf dich aufpassen! Ich bin nur Haus drin, da passiert ja nichts! Ne, gut! Ne, ähm... Jetzt werden wir's mal kurz für kleine Mädchen, Mensch! Ja! Achso! Aber... Hinsatz nicht vergessen! Ne, ne! Ne, ne! Das gehört zum guten Ton! Das muss sein! Haben wir... Äh, Duke! Haben wir noch Kohle? Ja, guck mal! In den Schränken doch hier! Ich hab jetzt den... Ich hab mir jetzt eigentlich mit Gucci überlegt, abends hier rumzulatschen! Ey, Duke! Du hast die ganze Kohle genommen, oder was? Nein! Weil ich brauch Fackeln! Ich weiß es echt nicht! Mein Duke! Nee! Das kann nie alles sein! Ich hab noch nicht die Truhe dreißen! Ich guck mal oben in meiner Truhe nach! Ne, da sind bloß noch sieben Stück drinnen! Ne, dann unten! Da hab ich unten die Truhe reingetan! Ist egal! Die ersten beiden Truhen, bitte! Ist egal! Müssen sie... Müssen sie reißen! Nein! Da sind welche! Ich hab doch alles geteilt! Unten die beiden Truhen am Fenster! Wo der See ist! Wo die Ofen standen erst! Was ist M3? Du globst mich! Nein! Warum sollte ich? Du bist böse zu mir! Also in welche Tränen echt jetzt? Ähm! Ich hab ja alles wiedergefunden, was ich wohl gestorben bin! Ich weiß es nicht! Ich hab nichts aufgenommen! Ne! Ich hab ja alles aufgesagt! Eigentlich muss es sein! Ich hol's euch nur was! Was willst du mit Holz? Ja! Weil's mir das Ding kaputt geht hier dieser Wasserhahn! Aber ich muss jetzt erst mal warten bis die Nacht vorbei ist! Es geht hier nie! Es kommt ja auch mal für euch die Chance! Dann bau dich hoch! Ich bin aufm Baum drauf! Ja! Oder so! Genau! Wie fängst du das? Wie fängst du das auf? Mit diesem Wasserhahn! Einfach rechtsklick drauf! Und dann... Da kommt diese Kugel raus raus! Ja! Wir brauchen aber einen Maki Hathor eigentlich! Aber nächstes Mal... Da muss mal gucken wie das eben heißt! Maki, Maki, Maki... Maserator! Maserator! Maserator braucht man rein! Was ist das? Das heißt! Aus 3 Gummis macht ihr uns... Aus E-Gummi macht ihr uns 3 Gummis! Maki, 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 Maki... Und ein Ex-Dings... Ex-Rotor! Traktor! Ja, Ex-Traktor! Warte mal, was ist denn? Ich werde jetzt mal ein paar Schilder bauen, Leute. Für? Für das Lager. Damit wir das inschreiben können, zwecks, was hier reingehört. Ähm, das ist der Instruktor. Erzähl weiter. Erzähl weiter, ich will dich nicht unterbrechen. Erzähl erstmal weiter. Erzähl jetzt weiter. Äh, nee, zwecks Lager, dass wir hier reinschreiben können. Äh, ja, da kommt, äh, nur. Holzgelumpe rein und sowas. Ja, genau, das finde ich gut, dass du sowas rauskriegst. Scheiße. Und dann auch für die Projekte. Wenn ja zum Beispiel der Matthias oder Dirk hier im Projekt gerade laufen, extra eine Projektkiste, wo das Zeug rein kann. Ja, nee, auch so, weißt du, dass wir mal die schweige Steine und Holz haben oder wie Metall-Existen haben, die das mal sinnlos suchen, das ist ja. Das ist, nee, das finde ich gut. Ich nervt das nämlich auch langsam. Weil ich, es wird jetzt ein paar Tage, aber dauern, bis ich da hinzukommen will, diesen Gummi, weil wir brauchen ja ganz viel für dich ja. Fuck, ey. Was denn los? Ich, ich brauche einen, der die Hühnerer fällt. Ach, hier ist Buki, der lebt doch noch. Hey, Buki. Ich habe diese andere Vieh umgebracht, was ich mir auf den gepiext habe. Das hieß nie, Buki. Das hat keinen Namen gehabt. Das war schon von Mati, der. Ich habe keinen, ich habe keinen gehabt. Das war aber deine, das hat mich auf den gepiext. Ich habe keinen gehabt. Es hieß doch... Die verbehren sich ja ganz schön schnell. Es hieß doch, ähm... Ach so, Mati, wie kann man Pferde zähmen? Mit dem du dich draufsetzt. Das war's oder was? Du setzt dich drauf. Ja. Du machst immer Rechtsklick drauf. Bisse, das wirft dich zwar die ersten paar Male ab, aber wenn du das dann 20, 30 Mal gemacht hast und dich das nicht mehr abwirft, hast du es gezähmt. Ach so, gut. Dann tust du einen Sattel drauf und dann kannst du reiten. Hast du keinen Sattel mit, musst du es mit Seil machen. Ach so, gut. Nee, das ist gut, dass du es mir das sagst, weil das, ich will das schon. Ich habe den gar nicht jetzt gefragt. Nee, ja, frag euch, frag euch. Der Werwolf hat mich glaube ich gesehen. Verpiss dich auf dem Baum. Bin ich ja. Ich bin ja auf dem Baum drauf. Da kommt denn der Herr. Wie der Elefant. Ich habe ja schon gereicht mit den, mit den Jaguar oder was das war. Puma. Schwarz Puma, no. Geh googlen. Gibt's nie sowas, Minecraft. Gut, ich gebe jetzt ein, Geh googlen. Mach das drauf. Ich gebe es jetzt unten ein. Ja, ja, mach das. Geh. Gibt's nicht. Null für Null. Ich komme hier wieder raus. Gar nicht. Ach, weil Juuu. Oh, das ist ein Feuer-Ogger-Ganz-Pilotenten-Mist. Das ist ein Stück und andere Organs-Ein-Grün. Aber Gott sei Dank, die sehen, den ich meine. Ähm. Der ist so ein Baum, der knurrt mich an, der Werwolf. Jetzt mach ich mit ner Feder das Holz kaputt. Was? Aber nie dieses Holz mit dem Gummi, bitte nie. Sven. Könntest du mir mal einen provisorischen Gang bauen? Über die, über die, über die, äh, von, von dem Haus, wo das Lager ist, auf meine, auf meine Stallung? Ich bolle, wenn zufällig wird. Gibt's ja schon. Nur so provisorisch. Keine, das kommt später wieder ab. Nur, dass ich mal kurz um mein Dach draufkehre. Warte kurz, ich hab grad noch mal hier. Also wie so ein, äh, links jetzt in Brücke oder? Hey, da haut die Tür kaputt. Wo haut denn der die Tür kaputt? Der haut die Tür kaputt bei mir. Ach, bei Tür. Oh, hier ist sogar so. Oh, hier ist der, hier ist der, hier ist der. Wie unten wohnt. Meine Mutter hat mich fast super schön. Sven ist ein Werbe, find ich gut. Sven ist tot, wer geht's ZOMBIES. Drei Zombies hab mich eigentlich gegriffen. Wo sind die Tiere, sind die hier komisch? Aber warum sagst du denn nichts? Hab ich doch. Hey Sven, ey, manche hier sind diese komischen Skelett. Skelettförder. Mach mal, mach mal ein Bild davon, mach mal ein Bild davon. Siehst du denn oft genug? Die sind ganz viel in der Büchse. Ich mach jetzt Kähn, ich hab Angst, ich bin nicht schuldig. Du brauchst da weg, ich brauch mein Zeig. Ich muss nur einfach weg, das ist ein Dreck. Jetzt du nie so. Soll ich rauskommen Sven? Ich bin gleich wieder deutsch. Ach, das ist mal heilig. Ne, egal. Sind deine Sachen alle weg? Ja. Wo bist du denn? Sven, soll ich Waffen geben? Ah, ja, gib mal Waffen. Ich hab da... Achso, dein Kummerwaffen-Patti ist oben bei mir in der Tür. Aha. Ich hab doch, wenn ich den aufgesammelt, wenn ich mal der Voll war. Oder, Engel? Kann er nicht alles mitmachen? Das ist nicht... Wir hatten...